Server 7 Okay, wir gehen ins Super Paintball Ja, Server 7 stimmt Geht nicht mehr Doch, ich kam rein Ich nicht Ne, ich bin in den anderen drin Welchen denn? Wie siehst du das denn? Keine Ahnung Warte mal, ich komm nochmal raus Ne, da bin ich nicht In welchen bist du drin? Ich war in irgendeinen drin, ich hab gedacht, da komm ich vielleicht mit dir hin Nein Lass mal Server Server 3 gehen Außen Ne, da ist wieder weg 2x Server 6 steht hier Was kann ich, wenn ich nicht jetzt hier bin Keine Ahnung 10 von 16 Spieler, geh mal auf den Ja Jetzt sind wir zusammen Warum kann ein Team auswählen, ne Oder man macht random Ne, Team Warum haben wir denn die meisten Player Lass mal rot, oder? Ja Toll Komm da nicht rein Oder? 1 von 1 Ich bin jetzt blau, ne? Ja Jetzt bist du, jetzt bist du auch blau Okay Bleib einfach, solange du blau bist, über deinen Arm Kid 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 Ich hab null Ahnung wie das geht 3 2 1 Und jetzt machen wir Super Paintball Wie das auch immer geht Waterbomb, Paintball Wifel Achso, muss schießen Man muss sich abgehen an die Leute Läuft Läuft bei mir Wieso, war das getroffen? Nein Ich kletter hier erst mal gleich hoch Ball War gemeint da Alle in Wasserbombe, ne? Ja, ich weiß nicht, für was die sind Ich weiß gar nicht, was das passiert hier Ich kapier das irgendwie nicht So wirklich Hey, you were penned by Flashooter Wey Yay Ach, denen muss man noch helfen nochmal Wie? Den Leuten, wenn die von uns eingefroren sind Autsch Ich wurde getroffen Wo? Ich fliege Da steh ich Zombie Centus Da Dankeschön Da sind die Wasserbomben Achso Da sind die Wasserbomben Drei Drei Was haben die denn? Ich steh ich wieder hinter dir Oder ich steh Ich hab keine Wasserbombe mehr Achso Drei Ah, ich bin wieder weg Normal Einer fehlt nur noch Der steht hier Ja Wir haben die Stadt Wir haben gewonnen Bye Noob Mad LOL Hallo Wollen wir das nächste warten? Oder wie? Oder wie ist das hier? Ne Wahrscheinlich rausgehen Er hat noch was anderes gucken Na gut Kann was anderes machen Okay BAM Dieses TÜRF